Heyho, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Mikro Battle. Heute auf der Gefängnismap. Die ist nämlich neu gebaut und sehr, sehr schick und hat viele neue Geheimgänge. Und Flo ist der Sucher, habe ich gehört. Mirko Battle ist das. Mirko Battle. Ah! Sieht ihr mit Schwert? Ja. Auge! Versuchen wir jetzt hier wegzukommen. Flo, du bist bis 30 zähl. Ich zähl bis 30. Fang an zu zählen. Ich meine, schreck mich jetzt zählen. Du darfst auch gerne das Alphabet einbinden, weißt du? Was? Wo? 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 Stopp. Wo muss man das Alphabet beim Zählen einbinden, Topps? Auf welcher Schule warst du? Nein, damit... Warst du auf so einer von diesen Alternativen, wo man seinen Namen tanzt? Nee, 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 nee. Aber ich wollte gerade darauf ansprechen. Ronja ist nämlich die professionelle Namentanzerin. Sie macht das übelst oft und übelst gerne. Übelst oft mache ich das. Quasi täglich. Oh, lol. Tanze ich meinen Namen? Irgendwie verlaube ich mich die ganze Zeit in diesem Geheimgänge. Ich bin nach unten gekommen. Ich habe gerade eine Abkaltung gefunden und ich ungewollt eigentlich. Aber naja, das... Ungewollt. Wie komme ich hier raus? Flo, du kannst jetzt das suchen, ne? Oh, ich bin wieder in die Treppe. Auf geht's. 440 N. Nice. Gut gezählt. Auch Buchstaben verwendet sich. Nice. So, auf jeden Fall gibt es hier mega coole Leiste verstecken. Und Jürn ist gleich wieder tot. Jürn ist gleich wieder. Jürn ist der Schlechteste, der... Also, Topps, ich bin beim elektrischen Stuhl. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber falls du dich treffen willst, dann... Was muss ich anmachen? Nix muss ich anmachen. Oh, ich glaube, ich habe... Ich bin nach Stärke zu. Ich finde es nice, wenn man die Leute, also die Sucher, auf den elektrischen Stuhl locken könnte und sie dann da schockern. Das finde ich cool. Ich würde aber nicht hingehen. Würdest du nicht? Aber wenn du nicht wüsstest, dass es das Feature gibt, würdest du dann hingehen? Und nur Topps und ich das wissen. Aufsache, jemand hat sich einen Eimer Milch gegönnt. Ha! Lecker, lecker für den Milchentdecker. Aua! Hey, wer hat ihn? Ey, Junge, Eimer Milch gibt's nicht. Das ist verboten. Was macht denn Eimer Milch? Ich habe noch Stärke. Achso. Okay, gut. Oh, nein, nein, Flo. Flo, Flo, Flo. Nein. Wirf doch keine Tränke auf mich. Das muss doch nicht sein. Nein, das muss doch nicht sein. Ja! Okay, alles gut. Flo, ich glaube, du hast den Knopf noch nicht gedrückt. Du machtest nämlich wenig Schaden. Ich habe den Knopf gedrückt. Bekannt als Müll. Hier hinten sehen wir ein Weh des Florian. Es ist recht verwirrt. Was? Äh, nein. Verwirrt, verirrt. Ver-ihrt. Ja, verwirrt, ver-irrt. Kann man, warum kann... Quasi das Gleiche. Bist du auch manchmal verirrt und verwirrt? Bist du verirrt und verwirrt, weil du verirrt bist? Warte mal. Nein, 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 wartet mal, warte mal. Ich muss mal ganz kurz Dinge in sich. Ich habe den Step-Up-Bug wieder. Wartet mal. Ah, ja, ja. Ich habe den Step-Up-Bug. Okay, jetzt haben wir es behoben. Jetzt kann ich wieder einfach laufen, ohne... Das ist schön zu hören. Das freut uns alle. Sonst mache ich noch die Runden. Bitte was? Ja, immer mit... Aufnahme-Free-Light. Ich habe nie Aufnahme. Also jetzt... Also vielleicht... Okay, ich hatte zwei, drei Mal Aufnahmefehler. Und dafür habe ich mich entschuldigt. Tops, tops. Planbücherei. Ja. Planbücherei. Au! Oh nein, oh nein. Hier fällt jemand. Oh, halt, habs. Richtig gut zu stecken hier. Und das ist so ehgelichtestes... Oh, das ist so... Oh, das ist so... Ja, ja, ja. Dass du immer so zuckst. Ja, dieses... 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 Dieses Ticken. Ja, 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 ja. Das ist... Wo versteckst du dich? Den gibt es hier gute noch geheimen Verstecke, die du empfehlen kannst. Ja, es gibt einen, nämlich... Und zwar, wenn man oben... Vorbeischaut ist... Was macht Flo da? Die ganze Zeit. Flo steht... Oh, Flo steht einfach rum. Ja, der steht vor... Oh nein. Okay, ich hab nachgeladen. Weiter geht's. Warte, warum sind wir drei kleine? Ich dachte, Julian ist schon tot. Au, au, au. Nein, Julian ist noch nicht tot. Jürgen... Achso. Dann bin ich immer... Nein, Florian! Ah! Ah! Au, ich nehm Damage. Ich nehm keinen Damage, alles gut. Ah! Bin ich... Wow. Ich kann mir vorstellen... Ey, ihr habt... Ah, warte mal, meine Effekt. Ah! 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 Ich mein... Ich hab so viel Damage gekriegt. Hilfe! Ah! Ich kann mir vorhin noch den Apollzismodus schießen. Was hattest du? Ich kann mir doch vorstellen... Ah, ich hab doch auch... Ja, 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 ja! Nein, nein, nein! Im Feuergefecht wird so geschossen. Ich komm getroffen und Ronja sagte ich nicht. Alles in Ordnung. Okay, ganz ruhig. Das mach ich mit mir nur speziell. Oh, ihr sagt... Hast du den Blaster wiederflut? Du bist du in der Box drin und so? Äh, ja bin ich. Okay, in der Küche scheint niemand zu sein. Ich kriege euch. Ich kann wegen, ja. Wir schnappen sie. Oh, ich hör hier... Ja, ich bin vergiftet. Nein! Außer euch, ja. Warte, hier ist ein kleiner. Warte, hier ist ein kleiner. Warte, was ist das? Oh! Draußen mein Basketballfeld. Jetzt wieder drinnen. Nein! Er hat die Tür zugemacht! Du bist der einzige Hardcounter, den ich habe. Türen. Was? Komm, komm, komm. Willst du mich eigentlich... Komm! Mein Feind die Tür, ha? Nein! Bitte! Tobias! Nein! Hallo! Weil du darüber nachgedacht hast, dass ich es nicht so gut finde. Das geht immer so weiter, Ronja! Au! Nein! Entschuldigung! Ich wurde... Tops hat mich provoziert. Ronja, kann man wohl stundenlang damit... Das ist jetzt Julian! Warum tut ihr das? Flo, hilf mir mal! Gib mir Flo, gib mir Flo! Gib mir Flo! Nein! Gib mir Flo! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hatte meine Hose an! Oh mein Gott! Oh! Ich habe vergessen, Flo hat einen Fix Aim! Nein! Ich kriege so viel Damage von den kleinen Viechsis! Wie ich sieh... Geh doch weg! Was macht Flo? Ey! Warum kann ich so viel aus? Ich kriege euch! Bonne, ich will das nachlassen! Okay, und dann kriegen wir die! Okay, okay, okay! Wir als Team kriegen sie! Bonne, komm her zu mir! Ich komm zu dir! So, so, bitte! So, so, bitte! Das 2 gegen 2! Okay! Oh! Hm! Oh, oh! Dings! Was machen die da? Äh, hallo! Nix verdächtiges! Oh, oh! Au! Tops mutiert zum Schwein aber auch! Äh, ähm... Nein! Oh, warte! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ihr kriegt mich nicht! Oh mein Gott! Ey! Warte, hab ich den richtigen? Ey, dieser Geheimgang ist so krass! Ich liebe diesen Geheimgang! Dieser Geheimgang? Den kennt ihr noch nicht! Den habt ihr noch nicht gezeigt! Ja, die steigen in den OP! Hä? Oh, bitte! Ich hänge schon wieder in der Tür! Egal, es gibt ja noch eine! Ah! Ja, ich haue euch! Flo! Du hast das! I believe! Wow! Hä, was aber... Ich krieg irgendwie kein Damage oder so, oder? Das nur, wenn ihr meiner Nähe seid! Das ist wegen meiner Rüstung! Allein! Wirklich? Also wegen meiner Spezi... Ja! Ey! Mir fällt grad auf meiner Rüstung fast kaputt! Ah! So, sowieso! Wo bist du kurz? Ich bin oben, aber die... Die kriegen mich nicht! Das ist das Witzige! Ich komm auch oben! Nein, du kommst nicht hoch! Ich werd dich töten vorher! Nee! Nee! Ich komm aber bei dem Hintereingang! Nein! Komm schon! Oh! Ich hab ein neuer Rüstung! Ich hab ein neuer Rüstung! Ich hab ein neuer Rüstung! Hat einen Spezialeffekt! Ich würde dir nur helfen, Ronja! Damit du schneller runterkommst! Ja, ja! Ronja! Basketballfeld! Teambesprechung! Okay! Alles klar! Au! Okay, Leute! Wir beobachten grad die beiden! Okay! Sich dementsprechend miteinander austauschen! Okay, Ronja! Hier! Was ist das für neuer Rüstung? Ähm! Was hast du hier? Oh! Oh mein Gott! Nein! Was ist das? Oh mein Gott! Das sieht schnicker aus, ha? Oh ja, das sieht echt gut aus! Pass auf! Die hat irgendeine komische Rüstung jetzt! So! Ja! Genau! Oh mein Gott! Ich glaub die machen wallhacken! Also meine Rüstung hat ne 40 Wuttenchance, das vierfach Damage austauschen! Oh! Nice! Ich kann wallhacken! Voll schick! Ich kann wallhacken! Oder kann ich wallhacken? Alles klar! Hackern confirm! Ronja, kannst du mal in die Zelle bitte, Ronja? Bitte! Was? In die Zelle, bitte! Ey, wisst ihr was? Ich hab jetzt kein Bock mehr für euch! Flow-Rage könntet ihr jetzt! Tschüssi! Ronja, kommst du? Kommst du Ronja? Äh, ich komm nur Unja! Ey, wenn sich irgendjemand von euch traut, dann kommt mal doch bitte in den Wassergeheimgang! Welche Wasser? Dann kommst du bitte! Totale, Ronja! Bitte einmal zur Zelle kommen! Ey, wenn sich ihr... Totale, Ronja bitte! Dritte Klasse! Ronja, ich bin hier hinten! Du dachtest, du kannst mich einsperren! Du dachtest, du kannst mich einsperren! Du dachtest, mit der Tür hast du mich! Aber hast du nicht! Hast du nicht! Nein, Ronja bitte nicht schießen! Ja, ist in Ordnung, Ronja! Au! Warte, ich kann mich! Hä? Wieso bewege ich mich denn nicht? Ich leb noch! Nein! Nein! Ich leb noch! Nein! Lass mich raus! Wenn du dich traust, dann komm mit dem Wasser einmal ran! Lass mich raus! Bitte! Ich hab... Dein Name ist... Nein! Siehst aus! Tops, komm mal in den Wassereingang! Ich würde in den Wassereingang gehen, an deiner Stelle! Kommst du... Kommst du mit ins Gefängnis? Was kommt für die Zelle bitte? Hm? Ronja? Bist du... Nein! Bist du so lieb? Hahahaha! Du gib kein Damage! Du gib kein Damage! Ich mach euch sowas von kaputt! Hallo! Kleinen... Dreckigen... Wenn ich erstmal aus dieser Tür raus bin hier! Ah! 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 Oh mein Gott! Seid ihr... Flo? Flo Hex kann nicht schreien! Warte! Wie ist Flo eigentlich in den Wassergeheimgang gekommen? Der ist doch groß! Ja! Ich hab nur reingegraben! Du hast dich reingegraben! Du hast dich reingegraben? Ja! Nice! Ich bin reingegraben und bin erst mal aus der Welt gefallen! Nice, nice! Hallo Ronja! Na wie geht's dir? Hallo! Mir geht's gut und wie geht's dir so? Oh mein Gott! Hast du heute einen schönen Tag, Kops? Wie ist es so draußen? Im Sandkasten? Nein! Oh mein Gott! Nice! Haben wir ihn? Ja! Nein! 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 Erronja! Ich bin nehm... Hahaha! Ich würde ruhig sagen! Ein geheimer Gang würde ich sagen! Ich würde ruhig sagen! Ausgeräuchert! Hahaha! Hahaha! Nice! Hahaha! Schon wieder draußen! Draußen! Draußen irgendwo! Draußen? Ok! Ich geh raus! Ok! Ok Leute! Oh! Wo ist er hin? Uns! Ja! Du und... Du und deine Mutter! Ich mit der Arbeit! Ich mit der Arbeit! Aaaah! Ey jetzt haben Ronja nicht schon gesungen! Das haben wir wunderschön gesungen! Das ging sogar! Das war eins unserer besseren! Doch! Wir können einwandfrei singen! Ich hab... Wir haben die schlechten gelöscht! Wir haben die guten gefasst! Tup! Tup! Wenn du... Wenn du die Dings hast... Den Mut dazu... Dann gehen wir mal irgendwann in Karaoke... bei der Gamescom oder so! Oh ja! Bitte! Na Ronja komm! Dann kannst du auch so eine echte Skills zeigen! Ronja! Ich bin hinter dir! Siehst du mich nicht Ronja? Wo seid ihr? Du warst... Ja! Pfff! Du gehst immer durch die Gitter durch! Jetzt von wegen! Ich bin da! Wir sind hier bei den Gittern! Bei den Gittern! Du musst... Ich bin jetzt schon wieder... Ich bin wieder an Ronja vorbei! Genau! Ich glaube Ronja... Das Spiel ist nichts für dich! Ne! Das Spiel ist nichts für dich! Au! Hey! Ich krieg irgendwie grad keinen Schaden oder so oder? Ne! Ne! Tobias! Ich bin jetzt schon! Ja! Ja! Zu deinen letzten Worte! Ja ne! Ich hab grad geguckt! War denn nochmal sicher? Nein! Ich würde auch nochmal sicher nochmal gehen! Okay! 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 Flo zählt im Chat! Oh! Flo ist ein schneller Zähler! Okay! Stopp! 87! Flo! Zählen üben wir nochmal! Sie kennen doch schon die Halbgänger! Ich bin doch hoch! Alles klar! Ich geh jetzt die Treppe hoch, die neu hinzugefügt wurde! Das ist aber ne Leiter Ronja! Ich mein die Leiter! Ronja! Ich mein die Leiter! Ich mach mir grad langsam Sorgen! Ronja! Weißt du! Wie viele Daumen zeig ich gerade! Ich seh dich nicht! Du bist nicht bei mir! Ich sag einen! Ronja! Tut mir leid Ronja! Aber ich glaub ihr kommt dir! Hey Ronja! Es tut mir leid! Also mein Freund Topps ist ein bisschen dumm! Ah ok! Das ist in Ordnung! Danke dass du es sagst! Warte mal! Topps hat Freunde! Ich kenn einen Backstein nach dir! Was ist das? Okay! Go! Warte mal! Warte mal! Warum ist hier eigentlich ein elektrischer Stuhl? Kann man sich hier irgendwo verstecken bei dem Ding? In der Armlehne oder so? Oh leih! Das war ein quick one! Das war ein lucky zweites! Das war ein lucky zweites! Toppsi wird kommen! Okay! Alles klar! Julian ist so top! So bist du! Oh nein! Es war hier! Oh nein! Wir machen hier zwei Leben halt von euch! Julian ist schon da! Julian! Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Und! Hä? Ich hab nen Helm bekommen! Ich versuch hier nur rein zu gehen! Ich komm nicht drauf! Okay! Ich hab irgendeinen Back! Egal! Ich bleib jetzt hier! Der ist außen! Bei der Leiter! Auf nach unten! Ich bin auf der Treppe! Ich bin auf der Treppe! Ich komm einfach runter! Ich komm raus! Ich komm raus! Ich komm raus! Ich komm raus! Was? Was hast du? Du! Ich hab nicht! Was hab ich? Hab ich gerade gettet? Ja! Haha! Wie leicht! Wie leicht! Wie leicht! Wie leicht! Ich bin unten im Pool! Bei dem Geheimgang! Aber es ist ganz schön dunkel hier! Ja, es ist nicht topst! Irgendjemand stimmt gerade hier! Ich hab nur Damage gekriegt von der Wand! Aber alles gut! Oh nein! Warte! Warte! Oh nein! Schieß einfach raus! Ich kann nicht rein! Oh Gott! Haha! Ich kann durch die Wand sehen! Ja! Du kannst durchschießen aufs Bett! Okay! Ich komm jetzt hier hoch! Und hoffe aufs Beste! Äh! Ich bin hinter Julian! Und hinter Flo! Warte! Da bist du! Hi! Äh! Warte! Ich will nicht nur beim Pool! Dann fühl ich mich nicht zurecht! Komm! Wo bist du? Ja! Ich camp da! Hier! Ich hab eine bessere Idee! Wir... Was ist das hier? Ja, Ronja! Wo bist du? Bist du beim Pool? Äh! Ich bin beim Sand! Neben dem Pool! Mit dem kleinen roten Stein! Äh! Das Problem ist nur, dass Julian hier ist! Ja, look! Julian ist da näher! Ich renne! Warte! Ah! Oh! Nice! Plus guter Teammate! Auch nach seinem Tod noch! Jürn ist jetzt die Ronja! Jürn ist jetzt die... Wir haben schon vorher aufgenommen und Jürn... Äh! Ronja wollte gerade richtig... Von Julian übrigens! Ja! Von Julian! Wo bist du denn jetzt? Ich guck gerade, ob man in der Küche zwischen die Schränke laufen kann! Aber kann man nicht! Ronja! Es wüsste Teamchat geben, ne? Wenn du aufs Teller drauf guckst... Ja, es wüsste Teamchat geben! So! Topso bist du denn! Also ich bin in der Küche! Ich bin auf der Map! Okay, ich bin auch auf der Map! Bist du draußen auf der Map? Oder drinnen auf der Map? Okay, ich hab gehört, das hier ist richtig, richtig gut! Oh nein, warte! Auf der anderen Seite! Julian! Geh mal rein! Julian! Geh mal rein! Julian! Julian! Wo seid ihr? Jürn ist gerade ein bisschen... Ich will Topster! Hä, nein! Du tötest niemanden gerade! Julian! Geh rein jetzt! Hä? Wo ist das Topst? Ich bin hier hinten! Ja, ich glaub, Julian hat keinen Damage drauf! Warte, konnte man nicht in diese Basketballkörper oben rein, ist das zugebaut worden? Nee, du kannst es nicht! Oh, ich hab's gefunden! Okay! Julian! Nein! Julian! Nein! Julian, du musst dir mal Damage holen! Du musst dir auch die volle Rüstung holen, Jürn! Nicht vorbereitet ist es die Jugend heutzutage! Ja, ja, die Jugend von heute! Ey! Wer ist das? Ich und ich krieg kein Damage von Julian! Rhonda! Es ist Rhonda! Es ist Rhonda, den die gerade jagt, ne? Ja! Das stimmt! Okay! Verbrenne ich an den Lasern? Nein! Verbrennt ihr an den Lasern? Möglich! Du bist so! Ich bin direkt hinter dir! Okay! Von Julian hab ich keine Angst! Julian kann ich mich schnappen! Und jetzt... Nein! Von Flo hab ich Angst! Ja! Nein! Okay, Tops! Du weißt nicht, wo ich bin! Keine Angst! Keine Angst Leute! Ich hab Tops! Ey Leute! Keine Angst! Ich hab Tops! Ich hab ihn! Okay, das ist nicht... Warte! Warte! Lass mal auf Nubus hier gehen! Ich bin... An eurer Stelle will ich nochmal Tops töten! Weil ich glaub, das ist schon ganz wichtig! Warte! Oh nein! Oh nein! Nein, nein, nein! Okay! Tops! Habt ihr eigentlich Tops schon gefangen? Wollte ich mal fragen? Ich hab euch! Ich hab euch! Hör auf! Ich hab euch! Ich find's gut, dass ich hier so unterstützt... Zum Glück habe ich als Hatsrüstung! Gut vorbereitet, he? Okay, man kann hier nämlich theoretisch obendrauf... Wirklich? Und... Warte! Das geht nicht! Also man kann theoretisch, aber ich kann's nicht! Tops! Guck weg! Ich bin tot, Ronja! Wo ist sie? Ich bin tot, ich wurde gefangen! Ja, ich weiß! Ich bin noch klein! Deswegen sag ich ja gewinnt! Das Kistenlager ist richtig mies! Das war's auch nein, Julian! Julian! Kann sein, dass du einfach keinen Schaden machst? Gib dir doch mal Schaden! Genau! Julian, lern doch einfach mit dir selbst... Julian hat dich jetzt... Julian hat... Nein! So! Okay! Julian hat jetzt scheinbar Schaden! Obwohl vielleicht er dann nur gegen Teammates hat! Ich versuche jetzt die Leiter hoch zu... Okay, okay, okay! Wisst ihr was, Jungs? Wir müssen uns jetzt hier verbunden! Ey, komm her, komm her, komm her! Wir müssen unser Waffenarsenal aufrüsten, okay? Was ist denn euer Waffenarsenal? Tops, nein! 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 Okay, ich bin gut versteckt! Du wirst mich niemals kriegen! Du wirst mich niemals kriegen! Du wirst mich niemals kriegen! Okay, neues Waffenarsenal! Wir machen jetzt das hier! Wen jagen wir schon? Was ist das denn? Und dann wurde er gekriegt von Julian! Ich habe einen Night Assault gekriegt! Nice! Das finde ich, das mit den Kehlen, das finde ich bisschen unnötig! Also hart unnötig! Findest du das? Ich finde, das ist eigentlich... Das macht den Charm aus! Haben wir eigentlich Tops schon gefangen? Oder Tops hat einfach nur den Helm an? Ey, Tops hört mal kurz! Ich würd Tops mal lieber Tops! Die Verzweiflung ist groß. Na gut, das war es dann aber auch mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr wollt, dass wir Tops öfter töten, schreibt das in die Kommentare. Ansonsten was gibt es zum nächsten Mal? Ciao!